Wir wünschen uns alle so stark gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Und dieser Wunsch wird erfüllt in den humanistischen Verfahren. In den humanistischen Verfahren geht es darum, sich so richtig auf Augenhöhe zu begegnen. Und deine Klienten haben auch diesen Wunsch. Nicht nur du hast diesen Wunsch, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden, sondern deine Klienten haben den auch. Und wenn du dieser Fährte mehr folgen willst, haben wir jetzt zwei spannende Dinge für dich, weil diese humanistischen Verfahren beinhalten eine große Bandbreite. Und bei der Likamundi gibt es die Gestalttherapie und die Gesprächstherapie nach Rojas. Und beides sind diese humanistischen Verfahren, wo dein Klient, deine Klientin absolut im Mittelpunkt steht, sich verstanden und gesehen fühlen kann und aus dem heraus selbst die Kraft entwickelt, sich weiterzuentwickeln. Das wollen wir doch bieten. Das ist die Art von Therapie, die wir anbieten wollen, wo unsere Klienten genau diesen Raum bekommen und diese wertvolle Qualität erfahren können, die wir sonst im Alltag leider viel zu selten erfahren, nämlich wertgeschätzt zu sein, gesehen zu sein, empathisch verstanden zu werden. Komm vorbei. Es gibt die Einführung nach Rojas. Es gibt die Trauer- und Abschiednehmern als Fortbildung der Gestalttherapie. Sicher dir einen Platz in einem dieser beiden spannenden Verfahren. Wir freuen uns auf dich.